Und weiter geht's mit Mission 4, der Einfall der Wikinger-Kampagne. So, machen wir mal hier. Und ja, mittlerweile sieht es in Nusserdorf ganz schön aus. Und vor allem, es sieht ohne Feuer sehr schön aus. Daran kann man sich gewöhnen, ganz ehrlich. Bin ich eigentlich ganz glücklich mit. Das könnte... Ganz ehrlich, der Tipp hier wird nicht umsonst stehen. Der Tipp von wegen... Genau, genug Platz zwischen den Gebäuden, um Feuer vom Ausbreiten. Das schreiben wir nicht. Ich meine, wir sind aber echt gut dabei. Ich meine, jetzt gerade mit den Bogenschützen können wir schon so viel räumen, wenn ich es drauf anlege. Obwohl wir aktuell noch die meisten Bogenschützen brauchen, um sie zu verteidigen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Ich könnte jetzt so langsam wirklich mal hergehen und eine gute Truppe... Die da... Ich möchte keine Bogenschützen in der Nähe vom Lord mehr abziehen. Das ist immer noch so... Das sind noch die Nachwirkungen von dem einen Mal, als ich alles nochmal nachspielen durfte. Gut, jetzt habe ich ja mittlerweile gespeichert, aber... Die paar Bogenschützen bringen mich jetzt nicht um, da zu lassen. Sie bringen mich nur um. Das war's. Ohne ein Aber, ohne jetzt irgendeine Voraussetzung. Ich kriege aktuell nicht genug Rüstungen rein. Also Rüstungsmacher ist eigentlich schneller beim Arbeiten. Ein bisschen schneller als die Stichwertmacher. Auf der anderen Seite ist die Distanz ein bisschen größer, aber ich glaube, der eine kriegt gerade... Oh, es stapelt sich so langsam das Eisen. Das ist schön. Ich bin ja am überlegen. Der zweite Hopfenfarm hier hinten. Das könnte vielleicht reichen, zusammen mit der und dem negativen Angstfaktor, dass wir trotzdem noch genug Hopfen reinbekommen und dass wir diese Hopfenfarm abreißen können. Und sagen können, yeah. Aussage abgeschlossen. Zack. Waffenproduktion erhöhen. Das Eisen kommt ja gerade rein. März, das haben wir nicht in Eisen, oder? Da sehe ich gerade noch was. Da, aber... Ha, ha, unbelebt. Das fehlt halt. Ich meine, Stronghold Crusader hat zwar eine eigene KI, die verwalten kann, im Sinne von eigenen Burgen, aber Stronghold fehlt allgemein einfach eine KI, die eine vorgefertigte Stadt verwalten kann. Aber gut, das setzt auch viel mehr Sachen voraus. Das ist leichter gesagt als getan. Ich bin zur Stelle. Ihr Kassler. Es werden Waffen benötigt sein. So. Wir sind auf dem Weg. Ich warte nur auf die Feuerbotschaft, ganz ehrlich. Wenn ich gut bin, schaffe ich es einfach, fertig zu werden, bevor irgendwas mit Feuer passieren kann. Oh, Feuer. Piu. Oh, Feuer. Piu. So, räumen wir mal. Danach können wir uns um die andere Bogen schützen. Da kann man... Holla. Die haben sogar einen Höhenvorteil, ne? Ja, die haben einen Höhenbonus. Gemein. Aber sie können wenigstens leicht getroffen werden. Das merkt man, dass sie viel weniger Schaden bekommen. Das gibt es hier im Spiel ebenfalls. Neben der Tatsache... Also Höhenvorteil ist hier wirklich doppelt in Stronghold. Auf der einen Seite hast du wirklich die Chance... Dass die Chance gering ist, dass du getroffen wirst. Und auf der anderen Seite hast du wirklich sogar noch eine Schadensreduzierung. Also neben der Schadensreduzierung, die sie sowieso schon haben, war ich negativen Angstfaktor. Aber sie haben gerade einen Dreifachbonus, wenn du so willst. Ah, okay. Jetzt zieh die mal mit. Okay, jetzt hat die Frage, ob die Gegner immer mehr und stärker werden. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es immer heftiger wird. Morposhafte. Oh, wir können... Tunnelgräber. Tunnelgräber, 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 Tunnelgräber. Die sind gar nicht mal so schwach. Und Baumeister können wir auch machen. Da können wir mal gucken, was wir da so tolles, feines draus tuten können. Was können wir bauen? Wenn Schild dabei sind, Katapulte. Katapulte. Könnten wir Kühl werfen, wenn ich will. Okay, aber... Aber was Tunnelbauer angeht, die sind ja ein bisschen stärker als Lanzenträger. Gut, sie sind halt viel anfälliger für Pfeilbeschuss. Und da will hauptsächlich sehr viel Bogenschützen zum Kampf. Ja, aber gut, im Notfall. Im Notfall, wenn jetzt Kacke am Dampfen ist und ich brauche schnell was, um gegen die Stratkappenkämpfer zu kämpfen, schnell Tunnelgräber auszubilden, ist eigentlich perfekt. Gut, dass ich die Option jetzt habe. So, das Katapulte möchte ich mal gucken. Ganz viel Pech zum Verkaufen. Jetzt können wir auch mal wirklich Bogenschützen wieder rausdrücken. Wird auch Zeit. Wir haben einiges am Würdesten gemacht, die wir wieder ausgleichen müssen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Hm, ich schade, wenn trotzdem noch mehr. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, in Bewegung. Ein weiter Wegenschützen bereit. Das durfte unten gar nicht später noch säubern. Ich versuche mal von oben einzufallen. Gefällt mir an sich ein bisschen besser. Klar, wir müssen hier ein bisschen aufbuddeln, aber wenn wir genug Deckung gegeben haben, dann passt das ja. Und genug freiwillige Buddler haben wir ja auch. Freiwillig für mittelalterliche Verhältnisse. Langsam aber auch ein paar Schwertis. Passt. Ich kann sogar nicht. Moment, ich kann da hinten sogar durch. Ich kann mich hier aufpiken und sagen, ja, hier bin ich Mensch, hier will ich rein. Ich müsste hier durchkommen dürfen, ne? Ja, darf ich. Hintertürchen. Womit kann ich dienen? Eure Befehle. Treffe ich hier jemanden? Ja, ich treffe sie. Passt. So, er kriegt jetzt meine Nummer. Bitte ziehen wir eine Nummer. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Woodsman hat gesehen, eine Bande von enemy-Truppen, die dieser Weg zu gehen. Gut. Gut, gut, gut. Kommt mal alle ran. Warum frontal durchs Feuer rennen? Wisst ihr, wie schön ein Feuerchen hier wäre? Wunderschön. Ich habe leider nichts zum Anzünden. Ich darf keine Sklaven bauen. Und das Allerhöchste ist, das Allerhöchste würde gehen, wenn ich irgendwie, naja, im Peckspur kann ich auch nicht ziehen oder sowas. Nee, es geht nicht, dass ich anzünden darf. Baumeister mit Be- Oh. Oh. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich darf doch, aber da müsste ich auch, Gott, ich brauche zehn Eisen. Das ist es wert. Das ist es wert. Ich möchte diese Stadt brennen sehen. Bitte. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Wir sind bereit. Ich möchte es brennen sehen. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, huah. Das wird schön. Vor allem, die haben... Von wem sind die Gärten? Niemand hat hier einen positiven... Achso, okay, weil auch negative Sachen da sind. Alles, ich habe nichts gesagt. Wohin gehen wir? Jetzt schön Eisen sammeln. Dann Pechkessel. Ja, wir können, klar, wir können Pechschütter machen. Ja, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Mein Bruder ist Feuer. In diesem Falle will ich nichts gesagt haben. Dann bin ich eigentlich glücklich. Pass auf, genau jetzt, wo mir das Licht aufgeht, im wahrsten Sinne des Wortes so mit Licht aufgehen lassen, geht bei mir ein Licht auf. Genau jetzt auf Stichwort müsste es kommen. Wir ja auch wirklich da stehen und sich abschießen lassen. Bin zur Stelle. Was würde in Irre bitte nur sagen. Wurde diesen wahrscheinlich auch mit schon dem Fallen zum Opfer gefallen. Wir sind auf dem Weg. Herein. Die sind, glaube ich, auf Defensiv gestellt. Ich muss, die triggern bloß, wenn ich nah genug ankomme. So, und wenn ich dann mal so schön darin bin, ne? Das dürfte gut anstecken. Oh, so, so lang. Ja, gut, das da hinten wahrscheinlich nicht. Da dürft es nicht überspringen. Oh, nein. Ach, kommt schon, ihr Spielverderber. Aber ich weiß, das Feuer von mir ausgelöst ist, ich glaube, das dürfte sich nicht über meine Gewinn nehmen. Das Feuer kann ja manchmal, also oftmals gibt es hier wirklich Friendly Fire-Erkennung bei Feuer, so blitzklingt. Ich weiß nicht, ob das sich das wirklich aus... Na, komm, mach mal mal einen extra Sperrgestell. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktionieren würde, aber komm, so ein eigener Holzverlötter als Brücke reinzustellen, also, dass das Feuer sich besser ausbreitet, das wäre schon cool. Ohne Scheiß, da wäre ich dabei. Was wünscht dir? Kessel wird besetzt. Wohl dran, das ist Pech. Das Volk huldigt euch, Sire. Und ihr dürft heute arbeiten. Gern geschehen. Dieses Gebäude ist momentan fort. Scouts reporten eine große Brücke. Die Schmieden mal kurz einstellen, bis wir... Was wir da passend haben. So, ihr passt mal weiter auf, dass wir das jetzt alles schön vorbereitet haben und dann gibt es ein kleines bisschen Spaß. Oh, wir können Kühe werfen. Immer mehr Spaß entdecken wir. Achtung, eine Amazon-Lieferung. Und darfst du euch ein bisschen mehr werfen? Wir haben noch ein bisschen was in der Hand. Yay. Es regnet Kühe. Dass wir den Spaß auch mal gemacht haben wieder. Nach so langer Zeit. Okay. Ein paar Freiwillige mit Pech. Das finde ich gut. Ich hätte gerne nur die mit Topf. Danke, danke. Nein, nein, ich möchte nur die... Nur die mit Nachttopf. Vier Stück sollten eigentlich reichen. Guckt mal rüber, meine Freunde. Das ist doch genau das, was ich sehe. Da kann jemand Gedanken lesen. Der Korn-Speicher ist voll bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Hier, es kommt doch nur einzeln, also... Aber ich dachte echt, ich war mir sicher, dass ein Grosada zumindest das so war. Aber die Wirtschaft zurück. Also, es verwirrt mich, weil wir haben den Abplusachter-Bier-Bonus von Grosada-Skirma. Ich bin mir unsicher, ob es jetzt... Hm. Es ist einfach verwirrt. Ich könnte ja ein bisschen mehr sehen, wenn ich... Ah, deswegen kriege ich keinen Stein mehr. Müsste ich mir auch nochmal angucken. Kann sein, dass es zu Teilen übernommen wurde. Ein Grosada. Ich spiele dafür zu selten die Grosada-Missionen. Na ganz ehrlich, wenn du Missionen spielen willst, spielst du Stronghold 1. Wenn du Skirmisches spielen willst, spielst du Grosada. Deswegen habe ich in Grosada an sich selten Missionen gespielt. Können wir helfen? Dieser Gestank! Hm. Aber hier haben wir ja Grosada mit Stronghold 1. Und dementsprechend läuft das genau nach diesen Regeln. Ich bin in mir nicht komplett hundertprozentig bekannten Terrain. Bin zur Stelle! Ah, jetzt können wir so langsam die Schwertproduktion wieder anschmeißen. So, meine Freunde. Also, ihr da unten habt mir meinen Spaß kaputt machen wollen, ja? Ich wollte nur sagen, dass ich das höchst uncool finde. Und ich möchte sofort mit euren Anwälten sprechen. Ich würde gerne dabei bleiben, ein kleines bisschen was zum Anstecken hier zu haben. Nach Möglichkeit. Schon, 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 alles drin. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt nichts von wegen, dass ich mir das Spiel leichter mache. Ich meine, ich könnte jetzt so oder so räumen. Aber es geht jetzt vielmehr darum, was sehe ich denn hier? Du bist ein Feind, Brunnenarbeiter. Ein Feind der nicht brennenden Völker. Moment mal, ein Feind der brennenden Völker, ja. Ein Feind der Feuernation. Leute, ich möchte doch nur den Brunnenarbeiter töten. Jetzt seid mal nicht solche Spieße. Ihr Miesen. Oh, Verstärkung. Ja, 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 ja. Yay. Okay, Nummer 1 des Plans erreicht. Gut, die Nummer 2 ist auch schon dabei. Also, ich habe schon ein paar Steps. Dann würde ich mal sagen, einen guten wünsche ich. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Es geht denn, yes, yes. Komm, ausbreiten. Weiter ausbreiten, bitte. Weiter ausbreiten. Komm, Feuer. Ich weiß, dass du es nützt. Normalerweise, wenn es Feuer bei mir ausbricht, dann ein kleiner Wind furzt und schon ist es wirklich in der gesamten Welt. Aber so nützlich ist es. Wie lange braucht denn das? Na also, wird doch. Ich war schon fast enttäuscht, aber es braucht viel länger, als ich es gewohnt bin vom Feuer. Ja, 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 du hörst mal schön auf. Ja, das ist viel zu langsam, viel langsamer, als ich es vorher gewohnt bin. Was zur Hölle geht denn hier ab? Ja, 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 ja. Und funktioniert. Das funktioniert. Ich habe die Brücke. Ich habe einen schönen Übergang geschaffen, oder? Weiter. Ah, ich weiß nicht. Gute Frage. Und der feindliche Laut verbrennt. Ne, der Übergang funktioniert nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Schade. Na, versuch was wert. Ja, das ist normalerweise ein Stronghold, aber auch ein Stronghold 1, aber vor allem auch ein Crusader. Normalerweise ist das so, du schnippst einmal mit dem Finger, wenn die ganze Stadt puh. Und hier, das war jetzt richtig langsam. Das vorher schien schon fast gebalanced zu sein. Was ist denn hier los? Das ist doch nicht Stronghold. Ich weiß nicht, dass wir das falsche Spiel installiert haben, glaube ich. Also, wir haben noch ein paar Schwertkämpfe vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Richard, so eine Kochshow einfach. So, ich glaube, wir beißen. Wir reißen mal die bösen Dinge ab. Ich wünsche mir, wir können einfach sagen, bitte deaktivieren. Also deaktivieren, so im Sinne von... Kein Käfig mehr. Also, einfach keine Hinrichtungen mehr heute. Die fallen heute aus. Aufgrund schlechten Wetters. Aufgrund von schwerem Kuhregen sind alle Hinrichtungen für heute abgesagt. Ich könnte jetzt sogar noch gute Dinge bauen, um zu sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Gegenteilseffekt. Aber dann könnte meine gesamte Wirtschaft plötzlich hops gehen. Und das heißt, es sollte eigentlich gehen, wenn ich die Ration dann auf halb stelle. Ja, komm. Volle Kraft plötzlich. Aber wenn, dann muss ich die guten Dinge hier überall reinbauen. Wieso habe ich so das Gefühl, dass genau jetzt gleich ein riesig großes Kabumm stattfinden wird? Kabumm meine ich jetzt mit Feuer. Da warte ich die ganze Zeit schon drauf. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Alles fröhlich. Und nochmal ein Baum, der jetzt gleich schön besetzt ist. Hm, hm, hm. Yay. Daran erkenne ich schon, dass ich plus fünf habe. Weil es ist sowohl gut als auch böse Dinge. Haben erst Animationen quasi. Sobald sie auf voller Basis sind. Deswegen sind die Käfige auch leer gegangen, als ich abgerissen habe. So, die Schmerzkämpferkollern, die hier alleine sollte jetzt, glaube ich, durch alles durchmetzeln können. Hm. Sollte sie? Wisst ihr was? Ich glaube, wir metzeln mit denen jetzt einfach. Bogenschützen bleiben jetzt unangetastet, wo sie sind. Wir metzeln jetzt mit einem durch die Schwetten, mit den Schwetten von durch. Die haben wir nicht umsonst gebaut. Ich hätte die jetzt nicht mal gebraucht, ne. Aber ich möchte es trotzdem gemacht haben. Wir sind bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten über Befehle sein. Ihr verlangt viel. Wir sind unter Attack. Sind wir gar nicht. Wir können jetzt tatsächlich sogar hergehen, wenn wir... Ja, bitte. Na, die haben sogar schon leicht einen negativen Faktor. Das können wir noch ein bisschen weiter treiben. Den Unterschied, wenn wir jetzt die guten Dinge gezielt abreißen. Alle guten Dinge sind keine guten Dinge. Stimmt, mich würde mal interessieren. Acht, Zech, Zech, Zech... Ist ein Ochse auf dem Weg? Da ist ein Ochse auf dem Weg. Jetzt muss ich mal die Steine beobachten, die reinkommen. Dann weiß ich sicher, ob wir einen Wirtschaftsfaktor von Stronghold 1 oder von Crusader haben. Wenn es acht sind, haben wir Stronghold 1. Wenn es zwölf sind, haben wir Crusader. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht die normalen Skirmishers in Crusader so einen Mix verwenden. Den Plus-8-DB-Bonus von Stronghold Crusader, aber vielleicht die Wirtschaft von Stronghold 1. Also die Abgabemengen. Weil das mit den Waffen hat mich jetzt schon wirklich stark verwirrt. Ja, es sind acht. Okay, wir haben Stronghold 1 Abgabemengen. Acht Steinen gerade mal. Okay, das erklärt es. Das erklärt, warum wir dann doch nicht immer zwei Waffen bekommen haben. Wir haben Stronghold 1 Wirtschaftseffektienz, aber wir haben von Stronghold Crusader den Plus-8-DB-Bonus. Deswegen hat mich das ja verwirrt, als ich denn gesehen habe. Weißt du, zuerst habe ich gedacht, wir sind volle Kanne auf Stronghold Wirtschaftsmodus. Dann habe ich den Plus-8-DB-Bonus gesehen, der hat mich total verwirrt. Und dann war ich gedanklich voll in Crusader. Jetzt bin ich gedanklich in Crusader und bin schon wieder verwirrt. Ja, schön. Wirklich schön. Eine wunderbare Trollerei. Meine Holzfälle löten können übrigens wieder weg. Die braucht keiner. Komm, wir lassen jetzt einfach die Holzfälle... Einfach so viele Holzfälle reinbauen, dass die Holzfälle die Schlacht entscheiden für mich. Im Übrigen, das habe ich mal verzweifelt versucht. Eine Woodcutter-Only-Challenge, auch für meinen Zweitkanal. Oh, ja, stimmt. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh, nein. Stimmt. Wir sollten... Jetzt habe ich die so lange gebaut und mich so gefreut. Jetzt kille ich mit denen auch was. Stimmt, wir sollten ja bloß den Lord töten. Komm, wir rasieren den mal hinten weg. Wir sollten ja bloß den Lord töten. Ich hatte jetzt schon wieder... Wisst ihr, ich habe es ja auch vorgelesen. Das ist so Kurzzeitgedächtnismäßig. Ich habe es dann wieder total... Wie mit dem Feuer. Ich habe es gelesen. und dann so ein Hintergedächtnis abgelegt und dann total vergessen. Stimmt, Moment. Was soll ich denn da denn dort killen? Schnetzeln! Ich habe die Schweine fast nicht gebaut, um das so schnell beenden zu lassen. Ich mache ruhig jetzt alle platt. So. Auch keine Fernkampfunterstützung. Der wird einfach nur... männlich alles... Freundlich gebitten, den Raum zu verlassen. Seid gegrüßt, wir sind gerne an, Brüder! Eure Lordschaft, wir folgen euch ja. Nieder mit ihnen! Bogenschützen hört mal auf, sonst töttet ihr den noch aus der Sehns, bevor ich meinen Spaß hatte. Was wünschst du? Seid gegrüßt, wir sind gerne an. Ich habe noch nicht genug gemordet. Wir folgen euch ja. Wir stehen zu dienst, vorwärts, Mellor! Seid gegrüßt, sie sind wehrlos! So, machen wir hier noch auf. Oh Gott, jetzt sind sogar noch Wunde. Hm. Wisst ihr was? Ranzen, Trigger, zusätzliche Welle, Angriff. Wie sollen wir die Fallen abdecken für mich? So, da ist entfernt. So, da gibt es jetzt mal ein schönes Gemetzel. Guck mal, weil die schöne Schlacht haben. Es war jetzt ein bisschen enttäuschend, was es so schnell beendet hat, nachdem ich die schönen Schwertkämpfe ausgebildet habe. Am nächsten Mal die Kampfkraft noch erhöht habe. Hallo? So, alles gemetzelt. Die Lanzen-Träger gehen vor die Hunde. Was ist denn das? Das war das? Schön. Das war lustig. Komm, die Ritter dürfen den Lord töten dann. Uns ist kein Weg zu weit. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Sie sind wehrlos. Wir sind bereit. Tötet sie alle. Keine überklebenden. Wir sind bereit. So viel zu dem Plan mit den Rittern. Hä? Gut, okay. Dann eben nicht die Ritter. Dann machen sie die Bogen. Halt, 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 halt. Tunnelgräber dürfen. Oder wer am schnellsten da ist, einfach. Och, das sind noch Pixies. Da schießt noch ein Bogenschütze. Da unten sind immer noch Gegner. Also die Mission war wirklich erstaunlich leicht. Also im Verhältnis zur letzten Mission, die ja wirklich richtig kaputt war. Ging das? Das hat die Mauern eingerannt. Bitte. Was für... Ja, meine. Also ich hab sie... Hä? Also ich hab grad die Mauern. Berater. Verwirrer. Hör mal auf, mich zu beraten. Äh, andersrum. Junge. Tunnelt ihn. Tunnelt sie... Komm, tunnelt sie alle. Du brauchst kein Schild, bräuchte ich. Du brauchst kein Schild. Obwohl, das ist ein Schild, wäre echt... Tunnelgräber mit Schild. Du bräuchtes nie wieder Lanzenträger. Ihr könnt auf uns zählen. Tunnelgräber mit Schild, das wäre schon mega. Kampfkraft vom Tunnelgräber, dann noch per Pfeilabwehr. Schon doppelt so große oder so. Dann ab geht er. Dann noch die Geschwindigkeit. Das ist... Dann wäre das eine echt... Echte akzeptable Einheit. Schnitzeln. Na klar, natürlich... Mir ist halt auch was anderes, dass wir hier so den... Erst 201-Wirtschaftsmodus haben. Man merkt es auch bei Streitkumpen-Kämpfern. Die rennen ja nicht immer permanent. Die haben auch das Gehen oftmals drin. Die noch bei 201. Es ist oftmals echt verwirrend, die Unterschiede zwischen... Skirmish Crusader und nochmal mit 201. Und wie das verschmilzt einfach in den... Hm. Ihr wisst Bescheid. So. Haut in! Spitzager ins Gesicht. Lord erfolgreich abgebaut. So. Okay. Wunderbar. Dann haben wir das geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier. Dann das nächste Mal. Bis dahin. Oh Gott, 85% gesegnet. Aber gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Müka USD der Zee und Youtube. Bis zum nächsten Mal.